So liebe Leute, was geht? Was geht ab? Terrarium wieder am Start Rad-Kommodos und so Rad-Kommodos sind dort immer noch nichts gemacht, außer jetzt nur gestorben Cool, ich hab... ich hab mir... Wohin runter Ich hab mir voll freigeschalten Ja, ihr Lieben da draußen Es ist hier der Terrarium Start Wir haben wieder... Ja, wir haben eigentlich eine neue Welt gestartet, gell Julian? Erklär mal ein bisschen Super Wir haben eine neue Welt gestartet, nachdem wir alles geradet hatten und... Hard-Mode gestartet haben Und jetzt machen wir komplett im Hard-Mode Wir haben das erste, was hier gemacht haben, war Hard-Mode gestartet Ähm, ja, und jetzt geht's im Hard-Mode weiter Und ich seh nix Richtig Richtig, ich hab ein Gold Key Hör ab, wir wollten eigentlich nur noch mal die Welt respawnen Also neu machen Nicht respawnen Ich seh auch grad nichts, aber das ist... Ja, ist schon gemeint Ich bin mir grad nicht sicher, wenn der Part-Mode wirklich schon gestartet hat Ich brauch... ich brauch schon... Hat jemand einen Eierschlüssel für diese Truhe da? Ne, das sind keine Eierschlüssel, das sind die legendären Schlüssel Und die sind... das ist absolutes Endgame Okay Hat wer noch nen Gold Key? Ne, wir wollen nicht selber Alle schön bitte die Kissen markieren mit Fackeln Ja, danke... Hab kein Holz Ah, ich hol dir Ja, dann hol ich den mal Komm schon, komm schon Oh, ich hab nen Aqua-Zepter gefunden, will das wir haben Ne, wahrscheinlich nicht Oha, mich hat's rausgeschmissen Oha Oha Gut, mich hat's rausgekommen Ja, ich bin ja wieder da Ich spawn bei Max Wenn das irgendwie geht, kann ich nicht Wieso kann ich bei keinem spawnen? Ich hab noch Tränke Das ist so uncool Oh, Technikerin ist rausgehoben Techniker Ha? Ich kann jetzt... Da hin Wieso, ich hab nen Tränke Wieso kann ich bei euch nicht spawnen halt? Ich hab so nen blöden Tränke doch noch Aber man merkt halt, dass es schon richtig an der Grenze ist, weil die Krabben und alles verloren Soll Äh, soll man ein Kissen stehen lassen oder soll man die wegkauen? So, egal Ja, aber ich sponnte halt was beim Nissen auch Hm, komisch Nein Ich kann mich grad überhaupt nicht zu euch teleportieren, warum, weiß ich nicht, ich hab so die Tränke noch da, aber... Äh, das soll wohl nicht sein Okay Äh, was steht denn? Ja, gar nix steht da Ich hab den Trank auf der Leiste, ich drück M, ich will dazu anzahlen Ja, ich klicke euch an Maybe hat Terraria dann einfach keine Lust auf dich Ja, ist so Ja, echt Weißt du, hier sind alle Kisten schon markiert Aber niemand redet einfach mit den NPCs Ja, ich wollt grad mit einer reden, dann hat sie mich kurz rausschließen, dann bin ich wieder drin und dann, dann will... Dann will... Dann spiel mich nicht mehr Ja, dann spiel mal eigentlich mehr Ja, dann spiel mal eigentlich mehr Ja, mach ich mir jetzt eh Das ist eh so, oder vielleicht kann ich... Äh, warum ich das eigentlich nicht sollte... Ich kann mich wirklich zur Kanteleboten, richtig lustig Ich hab aber noch vier Tränke Komisch, komisch Zuflösen Och M, ich will euch vorsteht Da rum zu werden, das ist echt Premium Ich will da auch zu euch Ist das uncool Niko tut mir irgendwie bisschen... Leid Jaaaaa sich kommt Warum gehen die Tränke nicht, das ist uncool Jetzt kann ich hier wieder... Ja, komm halt gelaufen. Ja, komm halt gelaufen. Oder geht es vielleicht nicht, weil du nicht bei uns im Ziel bist? Ja, Nico, leg das da an, dass du nicht bei uns in Europa bist. Ah. Ah ja, genau. Du müsstest ja eigentlich wissen, so oft, wie es dich jetzt schon rausgehauen hat. Sonst könnte ich euch doch einfach... Kiehen. Also, der Dungeon ist auch schon durchgeradet? Easy. Jetzt brauchen wir bloß noch die Schlüssel. Jetzt. Ja. Hohle Indie-Kolz-Schlüssel. Wir haben aber Goldschlüssel. Ich habe Goldschlüssel, ich habe Goldschlüssel, ich habe Goldschlüssel, ich habe die Bänke gehabt. Oha, oha, man, der Dungeon, ich glaube. Also, Slimes hat hier das Schwarm, wo habe ich die Lampe. Ja, wo genau findet man die Schlüssel? In schwarzen Motterschleim. Will ich was? Ja, ich habe den Goldschlüssel, ich kann mal wieder. Ach, gesehen, dass es kommt. Schmerz. Kann man, es ist, diese Kugeldinge kann man da nicht, irgendwie auch. Wir haben hier den Golden Kiegel luncht. Nico, das ist ein Golden Kiegel. Oh, er kann wohl leise. Man kann da zwar nur herumbauen, aber... Ich so erkenne, es sind am rumheulen wie so ein Mädchen. Das ist auch... Das ist wirklich so, ja, kann. Katana, da räum' ab. Ich muss... Ja, wenn du Spaß machst, wolltest du rum wie ein Mädchen. Zack, Nico fick die Viecher. Zack, sie ficken, ich bin zähl. Ich weiß rum wie ein Mädchen, du... Oh, meinst rum wie ein Mädchen. Nein, dafür hast du eine Aufnahmesperre von dir. Dann müssen wir schauen, dass wir noch den Schlüssel noch herkriegen, irgendwo. Ich habe Schlüssel dabei, du Vogel. Ich habe zehn Schlüssel dabei. Packst du da mega lange. Ich habe auch einen Schlüssel. Oh, den Rest könnt ihr ausräumen. Ich will nur bis bald. Max, noch mal. Ich habe auch ein paar Schlüssel. Schade, ich dachte, er kommt... Max, geh weg. Von der Kiste. Max! Ich kann eh nicht in... Du bist in der Kiste drin, du voll Spaß. Erstens, warum hat Terra-Bisit da kommen noch bessere Zeugs? Ich habe das Schlucken. Nein, er ist an. Doch. Ja, mit den Kisten, die da stehen, ja. Aber... Ja, auch die Dungeon verändern sich dann. Da kommen die Steppen, gehen oder wo man auch... Wir sehen uns noch Kisten dann, Junge. Wir sehen uns auch noch Kisten. Ja, dann müssen wir nochmal... ... ein Map neu spawnen oder was. Nein, Plantera... ... Plantera kannst du erst besiegen, sobald du alle Mechanischen Busse besiegt hast. Ich habe auf jeden Fall mal einen Orgel rausbekommen. Ja, so viel steht fest. So, wenn nachts ist, machen wir direkt das... Ja, hier unten ist noch, aber ich habe keinen Goldschlüssel mehr. So zum Buch. Ja, Kahn, das letzte Mal hatten wir das Ding schon vorplant. Ja, aber damit hat ich dann das Ding weggezähnt. Ich habe nur noch so einen Schattenschlüssel. Das war direkt in der ersten Kiste hier oben, genau. Weiß irgendjemand noch, wo so eine Schattenkiste ist? Er kann dir offen, alle in der Halle, er kann uns ja offenbar auch die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich... 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 Nächste Mal... Ich auch. Ich habe nur einen Schattenschlüssel, ich brauche eine Schattentruhe, aber wo eine ist, weiß keiner, gell? In der Höhle und diese Kiste, äh, diese Schlüssel hast du immer, Besonderheit. Achso, da... Ah, ja genau, da unten waren die, ah. Was? Niko, die Schlüssel hast du für immer. Okay, passt. Boah, ich muss jetzt irgendwie von einem Trank schlürfen, ich habe schon fast nicht mehr drauf gedacht, dass ich schon fast kein Leben habe. Ja, du setzt ja auch über sämtliche Stacheln und so drüber, alter Gott, bist du dem, wie ich hier ist Niko. Ja, ich weiß, ich kanns. Wir sind einfach über jede verfickte Falle drüber und... Ja, weil ichs kann. Äh... 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 Also... Ah, ich habe selber keinen. Und was frisst die? Gar nix an Schaden. Achso, nur Mana. Was ist das? Was hatten wir jetzt? Lasergewehr. Oh, komm schon, komm schon. Möchten die Herren zur Base kommen? Natürlich nicht. Gut, dann verpisst ihr euch und stirbt dann Aids. Ah, Schlüssel... Wo... Wo... Wo ist Julian das? Ah... Ich satt so leid dort. Okay. Okay. Ist in Ordnung. Gut, dass ich davon war's. Einmal nur im Spiegel benutzen. Nikos ist keiner gestorben. Ja. Ich war's. Gut zu wissen, dass keiner gestorben ist. Er kann nur wieder sein Fibrator. Achso. Verdächtig aussehendes Auge. Ruf mal gleich mal bei, ha? Wie schauts aus? Wie zählst du damit? Na ja, Kutulu sind hier eigentlich. Du, alter. Kutulu. Ruf mal ein Auge, Julian. Eben mit dir. Ähm... Zwei von den Koboldschilden. Will wer eins? Zwei... Bin zwar fast ein bisschen zu breit, ne? Achso. Oder die Augen willst du erst machen, wenn alle Flügel haben, oder was? Hast du gesagt, gell? Ne, das... Zwilling-Sauge, ja. Aber das was du hast, ist ja nicht das Zwilling-Sauge. Das sage von Kutulu. Okay. Ja, dann... Ruf verbrauchbar. Wie ruft man denn das? Hm? Links-Rechts-Klick von denen. Das habe ich noch nicht in den Rissen. Erstmal muss Nacht werden. Achso, okay. Gut. Es muss Nacht werden. Ja, ja, passt schon. Hab ich schon kapiert. Da-dam! Sollen wir mit den Schattenschlüsseln von unten die Kiste aufmachen, oder so? Ich hab schon längst welche aufgemacht. Gut zu wissen. Auf der linken Seite sind die schon alle auf. Gut zu wissen. Ich brauche sowieso mal Platz in der Kiste, sonst... Also Platz brauche ich, sonst geht da eh nix mehr irgendwo rein. Ich hab eh so viel Müll schon wieder. So ein Dämonen-Sense habe ich auch noch. So ein komisches Buch. Das wäre ein Saumlück. Gerade vor... Achso, nee, das habe ich vorhin gefunden irgendwo. Nicht gerade. Schon längst. Oh, no. Sauberstab hätte ich auch noch für jemanden, die dann win oder sucht oder braut. Oder win. Ich hab grad ein Jojo und Feuer Jojo gefunden. Oh, das ist gut. 70 Nahkampf-Damage. Ja, Mann. Ich hab ein... Ah, ist Jojo, kann ich mir dazu sagen nur 46 Nahkampfscharten. Ich bin noch immer auf der Suche danach. Das sehen. Hm, wir haben wieder ein paar Gäste. Wie es aussieht. Ich bin jetzt schon wieder kräftig Apes. Links, links bist du gegangen, ist noch mal ein Gäuchschmerzen, so. Das ist halt nicht so rum. Ich hab Bauchschmerzen nicht da, ich hab sie nicht da. Na fürchterlich, die Bauchschmerzen. Ich geh halt kacken, mein Gott. Das muss ich nicht, das ist es ja. Du weißt schon, wir sind so in der Aufnahme und du kackst dich hier ein. Ja, dann geh halt los und sch... Schmerzen so und geh zum Arzt. Ich hab Schmerzenzuschauer von Nico oder von Nemo, oder. Ja, das ist nicht leidig. Schmerzen von Yoda. Wird's gut sein, ne, deiner Schmerzen. Wir haben schon ihre Gründe haben. Von Yoda, du haben. Diese Schmerzen werden schon ihre Gründe haben. Ich mag dir eine Nico-Schmerzen. Mal die Let's Play anguckt, hat man ja. Ich weiß, warum ich Schmerzen hatte. Mann, 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 Mann. Da kriegst du das Geschiss. Du weißt, sich selber in der Aufnahme. So von Nico. Ich find grad keine Kisten. Überhaupt sind die alle markiert. Boah, die Lacher war ja noch hässlicher als die von Max. Max hat eine hässliche Lache. Mega. Oha. Okay, ja, kann. Alles ist gut, alles wird's gut. Ich bin verstört. Alles wird's gut. Nur mit der Ruhe. Wie lange du wild bist. Boah. In der Ruhe liegt die Kraft. Oha, das ist einfach unten in der Lava so ein Scheiß. Äh. Häuschen. Kommt denn da wer runter? Oh mein Gott. Ich hab kein Lava dran. Oh mein Gott. Drunter bauen. Ja, siehst. Ja. Okay. Oh ja, wir haben doch so meine Kisten. Ich... Ich... Ich hab die ganzen Kisten. Hier. Ich hab noch keine Kiste gefunden. Hier, Violette. Ich bin doch vor dir, du Vogel. Sven, wir haben sie leer. Dass du alle aufmachst. Danke, Max. Gut zu wissen. Ja, du kommst einige schneller als du. Ich bin ja nicht bei allen. Ja. Gut. Danke, Max. Danke. Ähm. Kann ich das jetzt gut machen? Sali. Aus. Nein. Nein, Sali. Wie gesagt, wir sind... Na, Mutter. Es kommt jetzt. Warum denn das sind daran so schlimm? Sali, wir sind fast durch mit dem Spiel. Sali, mein Gott. Oh, mit meinem Fliegenteppich. Den hab ich immer noch nicht zurückgegeben heute. Ja. Ich mein, hallo. Den hast du mal geschenkt. Ich kann mich auch erinnern. Das war... ...gestern oder so. Ich dir den, den geschenkt. Ja, den du in mir rübergeworfen hast. Das ist ein Geschenk. Ne, hab ich nicht. Doch. Du kannst es mal ausleihen, solange du... ... kein Pad hast. Ja, hab ich auch noch nicht. Ja. Neb ich dir halt eins. Na, das zählt nicht. Ich will meinen fliegenden Teppich lange bei mir behalten. Wir sind schon die besten Freunde da. Wir sind schon... Blutsbrüder sind wir schon. Das ist die andere Welt, du Vogel. Und den haben wir nicht mitgenommen. Hellstone. Ja. Du auch. Oh, maaan. Ich will mir nur wenig Spaß heute machen. Wir hatten... Wir hatten genau irgendwie... ...hundert Hellstone, was aber ich gefarmt hab noch kurz davor. Ne, ich hätte auch... ...hier unsere Hellstone gefarmt. Äh, dann... Oh, bitte. Ich war nicht vorhanden. Jetzt haben wir eigentlich einmal... ...und ich hatte die Wand im Moment. Das einzige, was ich jetzt auf meinem Rapper erkundet habe, ist dieser... ...dieser Dungeon, ja. ...mit den Wächtern und die komplette Hölle einmal entlangflogen. Ah, nicht mit mir in der Hölle. Bisschen, ja. Ja, okay. Okay. Das heißt, ich habe jetzt konnte keine Kiste erfüllen, weil Max alle vor mir geöffnet hat. Herzlichen Dank, Max, dass du mir diesen Spaß weggenommen hast. Kein Problem im Wasser. Danke, danke. Jakan, du musst... Ich hab dich auch ganz so lieben, Max. Ich hab dein Zimmer einrichten, das sieht scheiße aus. Silberkugeln. Nein, ich werd's also bauen. Poppfilze. Nein, naja, komm, du machst dein Zimmer. Nein, ich werd's nicht bauen. Du gehst jetzt in dein Zimmer, Jakan, und kommst erst raus wieder, wenn da was drinsteht. Wenn ich jetzt mal ein Ico nehme... ...einen Arsch rein schiebst, dann? Dann schreist du. Was, was krieg ich dann? Äh... Von TeamSpeak. Ja, wollte ich auch sagen. Ja, glaub ich nicht. Du denkst, dass ich nicht furzeln darf. Oh, du musst... Ja, du musst damit dann rauskriegen, der ist so. Lass uns richtigen für dich an. Und du willst nicht, dass ich ihn errichte. Oh, scheiße. Ich bin mit 80... Ich bin mit 80 Gold... Yeah. Ich bin mit 80 Gold... Äh... Du bist mit 80 Gold da runtergegangen? Und gestorben. Ach, ne. Hat sie irgendwann einen Platin... Okay, ich dachte schon. Lappen. Gott sei Dank. Hast du noch mal Glück gehabt, ja? Oh, es wird gleich Nacht, oder? Ich will das auch endlich spawnen. Das geht aber noch nicht. Ah, jetzt baut sie links und rechts diese Türme, geil. Oh, okay. Ja. Gut. Ich guck mal. Können wir nachher nochmal die Piratenarmee rufen und dann... Piratenarmee. Und nochmal den... Piratenarmee. Mit magischen Schaden... Gibt's jetzt eigentlich irgendwelche blauen Blöcke? Baum? Sie... Ja, aber... Für Ziegel und so. Probe... Ziegel... So wie nicht. Für die jeweilten Ziegel. Bleue Blöcke. Haftbombe. Ich mach mal da Haftbomben. Mana Crystal... Star... Ah... Stern in einer... Schüssel. Sonst gibt's eigentlich nichts wirkliches, was ich craften kann? Nö. Nö, meine 5... Genau, ich hab 5 Gold. Der Sparschmann macht jetzt hier keiner mehr weg, gell? Ich hab schon so viel Gold gekauft. Ähm, nö. Das wurde mitgenommen, Niko. Ich hab schon so viel Gold gekauft. Das ist ein Wahnsinn. Niko, das wurde nicht gelöscht. Okay. Das Gold, was du hattest, ist auch immer noch da. Und wenn du nichts darin hast, dann hat das... Ah ja, da ist schon. 18 Gold, super. Okay, ja, ja. Genau, das wurde dir vorhin gesagt. Das hab ich schon gar nicht mehr. Ja. Vielleicht ein Stück. Er wollte Gold schnauern. Ja, hatten wir Gold von euch. Für dich. So, was mach ich letztlich? Jetzt renne ich hier eigentlich oben nur blöd rum. Und weiß nicht, was ich tun soll. Ehe die ganze Zeit. Ach so, auf der anderen Seite gibt's ja noch... Na, das ist ganz schön. Oh, Niko. Was willst du eigentlich? Das machen wir mal so. Oh, Max, schau mal ein Herz. Oh. Braucht noch wer? Herz. Er kann braucht noch... Ja. Herz. Nimmst mir den Hübel, aber ich muss erst mal so einen Channel, weil außer Geräusch... Machst du eh nichts. Ah, komm. Schon neu, da ist ein... Oh, hier unten. Hier unten ist der Eingang. Für diesen... Niko, du gehst da nicht rein. Das ist der Endpost-Tempel. Ach so, der Endpost-Tempel. Kannst du aber gerne mit Fackeln markieren. Ja, der wurde schon markiert. Okay, Endpost-Tempel. Dann gehen wir hier am Schluss ran. Okay. Das wusste ich ja nicht. Wow. Wow. Diesen hess... Diese hesslichen Steinen fallen. Ich weiß... Ich glaube aber noch... Wisst es mal Hartkommodos sind, oder? Sind noch keine... Wir sind im Hartkommodos. Wir sind im Hartkommodos. Wir sind im Hartkommodos. Wir sind im Hartkommodos. Ja, weil du... Komplikt einfach Terraria gar nicht. Ich hab keinen Wissen auf den Schiff. Nein, aber es ist ja... Vorhin der Juni hat auch noch eine Frage gestellt. Wie sind wir die Monster nicht raus? Da kommst du raus? Nein, ich muss raus. Irgendwo... Was? Boah, da weiß es Erkan immer raus. Erkan kann ja trotzdem raus. Weil die Monster noch so sind... So leicht. Oder legt das einfach nur... Wow, vielleicht würde jetzt deine Rüstung anhast, du Vogel. Die hab ich immer an. Naja, die ganzen... Das ist schon richtig. Die ganzen Hardcore-Modos... Äh, Hardcore... Monster, die sind irgendwie... Versteckt. Ja. Auf dem Corruption sind die auch einfach irgendwie. Ja, das liegt aber... Nico und Nasserin liegt daran, dass wir nicht... Dass wir noch nicht in der Nähe einer Corruption sind, aber... Gut zu wissen. Ja. Und... Oh, jetzt doch ein langsam bar. Oh, voll. Und... Präsent... Ich werd dir nicht gut zerklatscht grad schon wieder herzunut. Nein, ich hab grad nichts zerklatscht. Ich klatsch hier. Ich hab sogar Beweise. Video... Beweise, ja? Du darfst bezeugen. Max, machst du mir? Mach ich dir. Was ist ein Mabel? Woher hab ich Mabel bekommen? Gibt's auch, ja. Also ein Steiner, ne? Ja, aber woher... Woher... An das ich habe? Okay, schöne Gude. Warum hab ich nur so wenig? Ich bin gestorben. Ihr sitzt dran schuld. Oh. Ach, ja. Guckt mich nicht. Missgeburr. Gut. Dann war's das halt mein Video für diese Folge. Beim nächsten Mal geht's wieder weiter. Falls es überhaupt noch ein weiter gibt, ja? Man weiß ja nicht. Ob mich Julian dann noch mag? Solang du jetzt nicht da bist, dann... Ne, gut, ich bahne dich jetzt, ja? Okay. Ist in Ordnung. Das hab ich verdient. Nehme ich dir so gar nicht übel. Gut. Find ich auch. Gut. Ja. Deswegen. Also passt das ja perfekt. Ich bin sehr zufrieden. Sehr gut. Okay. Passt. Gut. Nico, komm mal mit. Wo... Okay. Warum redest du so komisch? Boom. Okay. Ah ja. Jetzt kann ich das Auge noch spawnen. Jetzt ist nach. Komm. Mach mal nach Auge. Ja. Komm mal. Das noch kurz. Achso. Du hast deine Falle. Da geh ich nicht raus. Was? Cthulhu? Achso. Ihr habt's grad entspawnt. Okay. Ich hab dann noch... Langweilig. Was ist da langweilig? Das ist voll cool. Das ist voll cool. Das ist voll cool. Mega easy. Ja. Ich wollte grad sagen, Nico, hast du jetzt ernsthaft das Vampire Knife? Was? Komm schon, mach mal ein Colt, mach mal ein Colt. Wie geil hieß das? Du kannst das jetzt ewig spawnen, gell? Ne, ne. Noch einmal hab ich's nach dem. Okay. Hast du schon dieses, ähm... Die Errungenschaft, dass du, wenn du aufm Auge drauf bist, bis ins Weltall Katapultild bist? Jule dann. Springen wir nach Sorge. Ach nee. Dann, warte, Jule sollst du mal machen. Dazu brauche ich sein Pad. Achso, okay. Was ist? Ich hab dir den Kopf gegeben. Achso. Ich hab dir den Kopf gegeben. Ich hab's gesehen. Aber ich mag kein, kein Augenkopf sein. Komm platziert werden. Niko hat ne 3 Sekundenverzügung und deswegen ist er so behindert. Ja, deswegen. Entschuldigung. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Gut. Okay, dann schauen wir beim nächsten Mal halt, was noch so zu machen ist. Dann werden wir noch diese, ja, diese ganzen Bosse da halt vor den Dungeons und den Endboss. Der muss ganz wichtig sein. Okay. Passt. Tschüss.